Fujikura präsentiert das neue mantelzentrierende Spleißgerät 45S. Das 45S-Kit ist unerreicht unter den mantelzentrierenden Spleißgeräten, da es in drei wichtigen Kriterien überzeugen kann. Es reduziert signifikant die Zeit, die pro Spleiß gebraucht wird, es verbessert den Arbeitsablauf und erzeugt einzigartige Spleißergebnisse. Das 45S-Kit reduziert die notwendige Zeit zur Faservorbereitung und führt das Einlegen der Fasern ins Gerät. Darüber hinaus beschleunigt es das Anbringen eines Schrumpfspleißschutzes. Sie beginnen damit, dass die zwei 250 µm Fasern gleichzeitig mit der 4-Lochzange SS05 abmanteln. Ebenso ist das Trenngerät CT50 mit einer dualen Faseraufnahme ausgestattet, sodass es zwei Fasern gleichzeitig trennen kann. Unser Vorgängerspleißgerät erforderte es, beide Fasern einzeln einzulegen, wobei mit der einen Hand die Faser eingelegt wurde und mit der anderen Hand die Faserklammer geschlossen werden musste. Das 45S kommt nun mit einer kompletten Neuentwicklung in der Spleißgerätetechnik, sodass beide Fasern mit der rechten und der linken Hand gleichzeitig eingelegt werden. Sobald man beim Einlegen etwas Druck ausübt, schließen sich die Faserklammern, sodass dafür keine weitere Handbewegung erforderlich ist. Nach dem Spleißvorgang öffnen die Faserklammern zusammen mit dem Windschutz. Das ermöglicht dem Anwender direkt den Spleißschutz zu positionieren und im verbesserten Ofen zu platzieren. Die Kombination dieser optimierten Eigenschaften führt zu einer Zeiterspartnis von 30% pro Spleißvorgang im Vergleich zu Spleißgeräten anderer Hersteller. Das 45S-Kit bietet außerdem Verbesserungen in der Ergonomie und der Handhabung. Dank des erweiterten Einstellbereichs der Z-Motoren kann das 45S automatisch die Position nachlässig eingelegter Fasern korrigieren. Der neu eingeführte schwenkbare Monitor hilft, Reflexionen zu vermeiden. Das verbessert die Ablesbarkeit insbesondere bei Außeneinsätzen. Sobald Sie den Transportkoffer des 45S öffnen, können Sie die Arbeitsplattform entnehmen und so auch in engen Umgebungen arbeiten. Die Plattform ist erweiterbar. Das 45S-Kit ist außerdem mit Technologien ausgestattet, die langfristig qualitativ hochwertige Spleiße gewährleisten. Die Active Fusion Control Technologie kann auf Basis der Faser-Endflächenqualität während des Spleißvorgangs die Helligkeit des Lichtbogens analysieren und die Leistung nachjustieren, um so optimale Spleiße auch bei schlechten Trennungen sicherzustellen. Die Active Blade Management Technologie wiederum ermöglicht es dem 45S, den Schneidradzustand des CT50 zu überwachen. Sobald eine Folge schlechter Brüche detektiert wird, bekommt das Trenngerät einen Funkbefehl, das Schneidrad auf eine neue Position einzustellen. Um die Zuverlässigkeit lange zu gewährleisten, ist das 45S gegen Stöße, Regen und Staub geschützt. Der Akku des 45S hält 200 Spleiß- und Heizzyklen durch und kann leicht getauscht werden, wenn er erschöpft ist. Wenn Sie das Gerät mit Fujikura Spleiß Plus App verbinden, können Anwender in Echtzeit Daten vom Spleißer erhalten und diese in eine Management-Software einfügen. Die Spleiß Plus App ermöglicht es Ihnen außerdem, das Spleißgerät zu sperren, sodass es nicht benutzt werden kann, ohne dass Ihr Smartphone in der Nähe ist. Das ist aktiver Diebstahlschutz. Sobald Sie das Fujikura 45S-Kit benutzen, merken Sie sofort, welche Vorteile es Ihnen bietet. Es ermöglicht schnellere und zuverlässigere Spleißvorgänge, als Sie je zuvor mit einem mantelzentrierenden Gerät möglich waren.